An-An-An-An-An-An-An Was? Nein? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Letz split. Happy Wheels! Nein, es ist ein Letz Mainstream. Weil das Spiel jeder spielt. Krank spielt das Spiel nicht. Dann ist es ja gar nicht Mainstream. Ach egal, ich spiele es trotzdem, wenn ich halt mal nicht Mainstream. Wo waren wir das letzte Mal bei Ops-Tacli-Cursee? Dann nehmen wir doch mal The Office. Oh man, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Played elf million times. What the fuck? Von einem Telefonhörer erschlagen. Und jetzt zum Wetter. Okay, gut. Über den kleinen Knubbel, dann über die Mini-Tastatur, über den Blut, ein Stück Stammchen, dann ganz erfolgreich. Der fährt noch. Guck doch mal, der fährt noch. Der fährt noch! Nein, der fährt noch! Ich seh's nicht. Jetzt fährt er natürlich nicht mehr. Schade. Weiter geht's. Okay, erst über... was auch immer das ist, dann über die... Das ist alles wegen dem Apple-Computer. Vorsicht. Und schwimmen. Au, au, aua. Aber er lebt noch, aber das Kind nicht mehr. Aber das Kind ist nicht so richtig. Oh, jetzt hat er sich die Arme weggebrochen. Aber er fährt noch! Er muss noch fahren! Nein! Oh, du fährst noch! Du fährst noch! Ich seh's doch! Komm, da hoch! Nein! Speedigo, speedigo, die schnellste Maus von Mexiko! Nein, wir schaffen das! So, jetzt hat er das Kind voll angefurzt, jedenfalls das so... Ach, guck, was ist das versteckt. Oh, wieso ist das Kind denn jetzt tot? Ah! Noch ein bisschen... Ich brauche keine Hindernisse, ich töte mich auch so. Ganz erfolgreich selber... Boing! What the fuck! Dem Kind geht's gut, hat... Ich stütz mich dann mal auf meinem Kopf ab. Nee, das ist bestimmt gesund. Fahr doch einfach, jetzt fahr! Hör auf, da rumzutanzen, du Pogoschlampe! Oh, 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 oh! Nee, 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 ist alles noch okay. Nee, das Kind brauchen wir nicht. Das Kind brauchen wir nicht zum Überleben. Nein, nein! Ihr lag doch da nur zusammengekauert in Embryohaltung. Seine Beine sind doch noch intakt, die könnten doch jetzt alleine... Leider nicht. Okay, versuchen wir's nochmal. Los, komm, du schaffst das! You can do it, you can do it! Los, jump down, jump it! Hoch, Vorsicht, und Bleistift, und nah! Lass dich nicht mehr gradieren hier. Oh, oh. Fährt er noch? Er fährt noch, gut, gut, er fährt noch. Ja, nee, 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 er fährt noch. Er fährt doch noch! Nein, zieh mich nicht mehr drunter in den Abgrund! Er fährt noch, er fährt noch, er fährt noch. So lange er noch fährt, fährt er. Er fährt, so lange er fährt. Ah, er fährt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, schade. Na gut. Ich glaube, dieses Level ist nicht genau das, was wir uns erwünscht hatten. Was hatten wir uns denn erwünscht? Irgendwas mit Blut, oder? Dann hatten wir's doch eigentlich schon gekriegt. Balcony Terror. Just make some cool moves and save the replay. Try to discover certain situations. Okay. Wir können wieder mit Opa spielen! Yay, geil! Mann, warum muss ich immer sterben? Oh, hallo! Typ! Aua! Entschuldigung! War die Wäsche sauber? Das tut mir leid. Nee, ach! Ups! Hey, Nampeng Yong! Oh Gott, dein Sonnenschirm! Äh, ich ruhe mich mal kurz. Oh! Au! Ey! Ich hab Sachen an mir zu werfen. Ich mach doch gar nix, außer euch töten. Oh, so jetzt. Ähm, bleh! So, jetzt geh ich mir wieder gut. Äh, dunk. Hallo, Leute! Darf ich da mal durch? Ähm. Äh. Ich glaube... Äh. Ich glaub, jetzt ist er tot. Ja, ist passiert. Was ist... Was muss ich denn machen? Spring! Äh, okay. Also, den haben wir schon mal getötet. Und dann jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Und... Door Barrel! Oh. Die arme Braucher nicht unbedingt. Er hat ja den Düsenantrieb. Huch, warum ist die denn tot? Ich weiß es auch nicht. Oh nein! Wie konnte das denn passieren? Ups! Entschuldigung! Ah, mein Fehler! Ich weiß nicht, was man hier unten machen soll. Ich versuch einfach mal... Äh. I don't know what I have to do at this point of the game. Nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel. Ah, ich finde lustig, dann aufschlössst. Ah, Level 7. Ah, gucken wir mal lieber, ob wir da irgendwann mal Level 1 finden. Cannon Town. Cannon is here. Oh yeah. If you like my Levels, check out my Facebook-Page. Physix-X-106-57373-944-4942. Dies ist ein Hard-Rack-Doll-Level. Prepare for Eastards. Ach, da steht noch mehr. Enjoy! Und Raid! Wenn ich's überlebe, werde ich's auf Raten, Junge. Aber dafür muss ich's überleben. Was? Wo muss ich hin? Okay. Wo-o-oo-oo-oooh. Drei-zwei-eins. What the fuck! Die Beine brauchte ich nicht. Guck, guck. Oh, Scheiße. Wo-oo-oo-oo-oo. Ja, super. Wat-du-du-du. Wo-oo-oo-oo-oo. Auto, nein, ah, Hilfe, wow. Das sah doch schon mal sehr elegant aus. Und schwüff, hui, die Schuhe waren teuer. Das war nicht schlecht, ich musste eigentlich gar nichts machen. Finde ich gut, gefällt mir, Daumen hoch, abonnieren, favorisieren, ach nee, Moment, das geht ja hier gar nicht. Fünf Sterne, wie damals beim alten YouTube. Ach ja, wisst ihr noch, damals, als es das Sterne-System gab. Ach, waren das schöne Zeiten. Jetzt gibt es einfach nur noch, Daumen hoch, wenn du das Video machst, und Daumen runter, wenn du es nicht magst. DC Metro Station, you are on your way across town for a job interview, but first you have to take the Metro. Nein, nicht die Metro, nicht durch die Metro, bitte, nicht durch die Metro. Da gibt es doch Kaffeeshops, verdammt. Verdammt. Okay, langsam, aber vorsichtig. Und was erwartet mich hier? Nein! Kontrolleure, Kartenkontrolleure, nein! Ah, es sind, oh nein, eine U-Bahn! Kartenkontrolleure und U-Bahn! Okay, hier kann man wieder fahren. Was steckt ihnen da eigentlich? Ich will es gar nicht wissen. Yay! Wow! Metro Action! Ich raste total aus. Wow. Aua. Ey, jetzt stecke ich hier fest, Mann. Okay, nochmal. Und diesmal nicht in den Kaffeeshop. Nicht in den Kaffeeshop. Und pass bei dem Kontrolleuren auf. Oh, oh. Oh, oh. Was? Was muss ich denn in der Falle? Uhuhu. Uhuhu. Ich wollte noch mitfahren. Gemeinheit. Fährt ihr Scheiß-Metro einfach ohne mich. Dabei habe ich extra bei dem Typen ein Ticket gekauft. Hier, da, Ticket gekauft. Geh mir aus dem Weg. Ich habe schon ein Ticket. Halt, nehmt mich mit, nehmt mich mit. Oh, Mann. Die Metro mag mich nicht. Nein, 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 ich mag auch keine Metros. Nein, nein, nein. Was haben wir denn hier als nächstes? Es ist Limbo. Nein. Hey there, this is a special level made in the same style as Limbo. I spent two weeks on it and it worked really, really hard to rate when you think it deserved. Thanks. Oh nein, Limbo kann man nicht speichern. Okay, das ist tatsächlich perfekter Limbo-Style. Hey, den kenne ich doch. Hallo. Hallo. Ups. Oh. Uh. Eh, geh wieder raus. Los. Das ist ja schön gemacht. Das finde ich ja toll. Das ist wirklich alles im Limbo-Style. Das ist voll, aua, voll, voll Arbeit. Du brauchst nur ein Bein. Ein Bein, ich lasse es eh. Ah, was ist das denn hier für eine kleine? Hoch, geh weg. Na, friss was anderes. Au. Mano. Ih, geh weg. Lass mich. Huch. Spinnenbeine. Hey, wuhu. Ich fahr einfach mal, ne? Wach, Kugel. Gut, dass mir der kleine Typ nix tut. Huch. Hey there, thanks for playing my level. I spent two weeks on it and I worked really hard. I really hope you enjoyed it, Raid. So, thank you deserve it. Ich würde dich furchtbar gern machen, wenn ich jetzt hier mal so die Possibility hätte. Gibt's hier auch so ein Ziel oder so? Das war zu neig. Nein, 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 nein. Na gut, dann kriegst du jetzt halt mal deine fünf Sterne, weil du unbedingt meinst, du willst das haben. Bitte. Ah, nächstes Level. Ich scrolle mal weiter runter to the Bigfoot Forest. Your car is burning. You in a lost road. When you see the Bigfoot, you follow him to his forest. You will not resist and will play more than one time. Give me the merriated like, Raid. Blah, ach Gott. Das sind alle so Daumen hoch, Hopper. Wer ist das eigentlich? Oh ja, mein Gott. Mein Gott, nein, 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 mein Gott, nein. Wuhu. Hopp. Hopp, 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 hopp. Wuhu. Hopp. Hopp. Schwimm. What the fuck. Wuhu. Vorsicht, langsam. Hallo. Hallo, Auto. Oh. Ah. Ah. Freiheit. Oh, scheiße. Bigfoot. Wo ist der hin? Wo ist Bigfoot hin? Okay, nochmal. Yippie. Today I just feel like playing Minecraft. I just wanna play it all time. Oh. Jetzt hat er sich die Beine gebrochen. Runter hat sich die Beine gebrochen. Los, fang Bigfoot. Fang ihn. Los, schnapp ihn dir. Komm und schnapp dir Bigfoot. Woi. Ah. Warum tut er sich da weh? Bleib doch einfach in deinem scheiß Minecar, du Spast. Hier hat jemand die Redstone-Leitungen ganz mies verlegt. Oh, da. Oh, da. Oh, da, eh. Oh, da, ne. Ah, da, no, no, Tashimi. Oh, oh, Kuso. Ich kann ja mal random japanische Shit von mir geben. Bleibst du in deinem Car drin? Bleibst du da drin? Bist du ein, bist du mal ein guter K... Nein, du bleibst da drin. Ah. Es ist nicht der richtige Charakter, habe ich das Gefühl. Ich nehme lieber Santa Claus. Ne, so sieht's nämlich aus. Ho, ho, ho. Höher, meine kleinen Bitches. Los, rennt für mich, ihr grünen Schlampen. Los, Bitches. Oh, jetzt habe ich mir den iPod verloren. Oh, jetzt sind meine Bitches tot. Scheiße. Naja. Ich fliege. Wuhu. Au. Äh. 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 Oh, was macht der da? Na, wir wollen es gar nicht sehen. Okay, versuchen wir es nochmal. Höher, meine kleinen Bitches. Oh, jetzt habe ich den Mac verloren. Oh, jetzt habe ich den iPod verloren. Oh nein, jetzt ist mir da hinten schon wieder der Nintendo DS rausgefallen. Vorsicht, meine kleinen Bitches. Oh, meine kleinen Bitches. Nicht die Beine brechen. Oh, nicht die Beine brechen. Hm. 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 Schön. Schön. Dann war das wohl auch nicht der richtige Charakter. Pogoboy! Okay, okay. Es ist Pogoboy. Schwimm. Schwimm. Hui. Schwimm. Hu. Fack da grauend, Junge. Hui. Mit dem komme ich auch super... Hey. Geschwindigkeit. Hup. Hui. Jetzt aber. Boim. 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 Hup. Hui. Hup. 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 Häschen. Hüpf. Häschen. Hüpf. Häschen in der Grube. Saß und lieb. Saß und lieb. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Wow, das ist so aufregend, dass ich jetzt gerade sowieso vor Herzklopfen hier fast sterbe. Schwimm. Hup. 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 Das war Bigfoot. Kam der denn plötzlich her? Boing, 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 boing Wow, und diese extrem abwechslungsreich gestaltete Gegend Ja, so macht man das, Kinder Wenn ihr mit einem Pogo-Stick unterwegs seid Und euch ist ein Stein im Weg Dann einfach du und alles ist gegessen Jetzt mach doch mal ein bisschen hin in meinen Vor Ostern noch, sonst kommt wieder der Weihnachtsmann Und den will ich nicht nochmal sehen mit seinen grünen Bitches Was der nachts mit denen macht, will ich es sowieso nicht wissen Slow Okay Oh, Entschuldigung Bigfoot, it's playing with me Kommt der nochmal? Ich fand es ganz lustig, so auf ihn draufhippen wäre es schön gewesen Hi Bigfoot Er hat Brüste Ich muss den nochmal anschubsen Habt ihr das gesehen? Bigfoot hat Brüste Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Auge aus nix und Aua